ja dann auf geht's und zwar mal so ein bisschen fangte zwischendurch damit man ab reagieren können ich sag das jetzt nicht wo meine türen abgefallen ich bin gut warum er nicht von beiden an wenn ich sehr umweltfreundlich es haben wir aber hier ein angeforderten auftrag der bankauftrag bei union und discus auftrag um machen wir es mal die bank haupt und heute die angeblichste wir sind aber st nun Die Frau macht mich bekloppt. Er ist mal eine Line-Ziehen, gell? Das ist ein Sprenglein. ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr gelabert wie der politik direkt weg gedrückt mach ich nicht okay aber bei der einsam geht es nicht im jungen auswählen wird aber die ersten Leute ein bisschen kugelt sich gar das kann der erste springen wenn es mindestens einmal dort hat Führte dahinten wieder Krieg? Die führen dahinten wieder Krieg? Das Ding hat sich derzeit explodiert. die haben es bestimmt wieder vor dem Casino Eingang lieb wie immer da war es nicht das war hinten bei der Spiehalle ich hasse das das immer beim Casino so lag das ist erhitzt wenn du langsamer fährst wenn du vor der Pulle durchfährst dann hängt sich das auf die Leute auf dem Server weil hier ist natürlich klar dass hier ein bisschen Krieg ist ich hab schon selber die waren ruhig ich bin auch sehr ruhig hier abgesehen von den zwei die sich da unten bekriegen ich hab ja eh mal so einen Spaten der meinte ein bisschen bisschen aufmucken zu müssen Junge der blendet mich aber hier mit seinem Nebel Scheinwerfer ich bin ich bin ich bin ich bin du bekommst 2.000 für gute Führung what the fuck ich hab den Typ gerade runtergeschmissen Spiel? das hast du nicht mitbekommen oder? der Wagen jetzt kaputt Markus? ja ok ich dachte er will jetzt nicht mehr mit mir reden das wollte ich auch vorher schon nicht ja 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 Oei oei Ich bin lebendig! Gott, hier ist die Alarm an Lagerung gerade. Ich hätte gerne den Polizist einladen. Ich glaub das... Oh Gott, 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 Gott! Ich bin gar nicht mehr so schnell, ich bin gar nicht mehr so schnell. Ich bin gar nicht mehr so schnell. Ich bin schon unterwegs wieder. Ja! Sag doch was! ich bin gleich wieder tot jetzt ich bin gleich wieder tot ich bin gleich wieder tot jetzt ich bin gleich wieder tot ja ja klar wir haben geschossen wollen halt ich brauche ein polizeihauto oder AAAAAAHHHHH ich hab dann so gut wie vor kommt mal hin nach dir ah das war dir oah nee eh alles klar okay Aua Ich nehm mal alles mit, was ihr irgendwie auf der Straße rumliegt. Wir auch, deswegen bist du überhaupt dabei. Ja, wir haben dich auch irgendwann mal in der Lobby gefunden und einfach mitgenommen. Mitleid. Wie gehört der zu uns? Wie geht der zu uns? Wie geht der zu uns? Wo ist die denn? Die kommt da oben rum. Uh! Die bringt mich gerade um. Naja, naja, naja. Scheiße, jetzt mach der Heli. Wollte mal die schnellste Flucht sehen. Jetzt. Jetzt. You got them chargers for the bank jot? Good shit. Good motherfucker shit. This is what I came back out here from. Getting them vultures got easy as hell. Na, wir kommen an und die Brünnen sind weg. Das ist mir nicht Timing. Entschuldigung, die Cops. Ah, was ist denn hier für ein Heli? Ich warte mal hier auf euch, ne? Ganz easy und entspannt bei einer Zigarette. Gut. Hm, das ist mir da. Ah, wieder. Ich warte mal hier. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank.